Da klicken sie rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo. Unsere Erklärvideoreihe Wir versilbern das Netz, das 1x1 der Tablet und Smartphones. Heute geht es um Zoom. ZOOM. Das ist eine Videoplattform, auf der ganz viele Vereine, Firmen, Konferenzen, Veranstaltungen, Sport anbieten. Und ich möchte Ihnen heute einmal zeigen, wie Sie das mit Ihrem iPhone nutzen können. Dazu brauchen Sie die App Zoom. Die bekommen Sie im App Store. Wie Sie den App Store benutzen, da müssten Sie sich das Video anschauen, was wir dazu schon gedreht haben. Daher, ich öffne den App Store, dann sieht man hier oben eine Lupe, da klickt man rein und dann schreibe ich Zoom. Da taucht ganz viel auf. Ich klicke auf das Wort Zoom und Sie sehen hier Zoom Workplace. Bei mir ist eine Wolke, bei Ihnen wird stehen Laden. Warum ist bei mir eine Wolke? Weil ich das schon mal auf meinem iPhone hatte. Dann sehen Sie bei sich auch immer, wenn Sie schon mal eine App hatten, dann taucht da immer eine Wolke mit so einem Pfeil nach unten auf. Bei den anderen würde Laden stehen. Da klicken Sie drauf. Was jetzt ganz wichtig ist, Sie brauchen Ihre Apple ID oder Ihre Gesichtserkennung, wenn Sie diese App neu runterladen. Sie sehen, da läuft jetzt so ein kleiner Kreis. Jetzt steht öffnen. Wenn bei Ihnen schon öffnen steht, bedeutet das, Sie haben diese App schon auf Ihrem Smartphone. Hier ist Zoom. Da klicke ich jetzt drauf. Zoom Workplace, so heißt das. Und dann sehen Sie, steht hier herzlich willkommen am Meeting teilnehmen, registrieren oder anmelden. Wenn Sie von einer Firma, von einem Verein, von Ihrem Sportverein, bereits eine Meeting ID bekommen haben, reicht das völlig, wenn Sie sagen, am Meeting teilnehmen. Wenn Sie sich bei Zoom anmelden möchten, dann müssen Sie zuerst auf Registrieren gehen, dann werden Sie durch so ein Menü geführt und dann, wenn Sie das alles abgeschlossen haben, dann müssen Sie später auf Anmelden gehen. Das machen wir aber heute nicht. Wir benutzen das unangemeldet. Wir klicken am Meeting teilnehmen. Dann müssen Sie die Meeting ID eingeben. Ich suche mir die mal eben raus. Unsere Meeting ID finden Sie auf unserer Homepage. Dann sehen Sie, hier unten steht iPhone von Dagmar. Da können Sie jetzt am besten Ihren Spitznamen, Ihren Vornamen eingeben. Das können Sie verändern, indem Sie mit dem Finger hinter den letzten Buchstaben klicken. Dann taucht die Tastatur auf und dann könnten Sie das verändern. Dann klicken Sie auf Beitreten. Ich möchte Zoom nicht mit Siri benutzen. Nicht erlauben. Dann werden Sie gefragt, Zoom möchte auf deine Kamera zugreifen. Das müssen Sie erlauben. Sehen Sie gerade hier die Kamera oder ich kann auch winken. Das heißt, dann würde man Sie sehen. Dann klicken Sie auf Beitreten. Zoom möchte Ihnen Mitteilung schicken. Das möchte ich aber nicht. Jetzt kommen, um andere zu hören. Nehmen Sie bitte ein Audio teil. Und da müssen Sie auf WLAN klicken. Zoom möchte auf das Mikrofon zugreifen. Das müssen Sie erlauben, damit wir Sie hören und damit man Sie auch hört. Und jetzt sehen Sie das. Jetzt müssen Sie lernen, immer wenn Sie Funktionen von Zoom lernen wollen, müssen Sie mit dem Finger auf das Display klicken und dann sehen Sie unten stumm schalten. Wenn nämlich während der Videokonferenz, an der Sie teilnehmen, Ihr Telefon klingelt, hören das alle anderen Teilnehmer auch. Und nun sehen Sie hier, steht wieder Beitreten. Schauen Sie mal ganz oben, da ist so ein Zeichen. Wenn ich da jetzt draufgehe, weil wir sehen hier die Studiodecke, die ist ja nicht so schön, dann kann ich auch auf Weichzeichnen gehen. Und dann sehen Sie, sieht man das nicht mehr so deutlich. Dann klicke ich auf Beitreten, warte, dann kommt, um andere zu hören, müssen Sie wieder auf WLAN klicken, damit Sie auch zu hören sind. Und jetzt sind Sie in der Videokonferenz. Wenn Sie jetzt irgendetwas bearbeiten wollen, dann klicken Sie immer mit dem Finger drauf, weil dann erst sehen Sie unten diese ganzen Möglichkeiten, was Sie machen können, sonst würden Sie das gar nicht sehen. Gehen Sie auf Stumm schalten, das mache ich jetzt mal, dann sehen Sie, ist das Mikrofon durchgestrichen und jetzt hört man sie nicht mehr. Das ist sehr hilfreich, wenn es viele in einem Videoraum sind und es wird gesagt, schalten Sie sich stumm, dann ist es immer ganz gut, wenn man auf Stumm schalten geht. Da können Sie jederzeit wieder draufklicken und wenn Sie dann reden, dann hören wir Sie wieder. Daneben steht Video beenden. Sie sehen, wie schnell man immer hin und her schalten muss, immer wieder mit dem Finger auf das Display. Video beenden. Dann sieht man nur diese schwarze Kachel von Ihnen. Dann kommen die Teilnehmer. Wenn Sie wissen wollen, wer da alles drin ist, können Sie auf Teilnehmer klicken. Dann haben Sie oben das Wort schließen. Dann kommt das Wort Chat. Hier können Sie in Kommunikation mit allen treten, indem Sie sagen, Hallo, ich bin Dagmar und komme aus Hamburg, kann ich ja hier mal eintippen. Dann haben Sie hier ein Pfeil und wenn Sie da drauf geklickt haben, dann können jetzt alle, die in der Konferenz sind, sehen, was Sie geschrieben haben. Wenn Sie nur an einen was schicken wollen, jetzt bin ja nur ich drin, dann würden Sie hier auch eine Möglichkeit haben, an Elke oder Gisela was persönlich zu schicken. Wenn Sie das wieder schließen wollen, gehen Sie hier oben auf Schließen. Dann haben wir die Funktion Reaktion. Da klicken wir mal drauf. Und das ist ganz wichtig, denn wenn nachher 20, 30 in so einer Videokonferenz sind, muss ich ja wissen, wer was sagen möchte. Denn wenn alle durcheinander sprechen, versteht keiner mehr irgendein Wort. Daher klickt man auf Handheben und dann sehe ich in der Kachel eine Hand gehoben und weiß, dass Sie irgendetwas fragen möchten oder was beitragen möchten. Und dann sage ich Ihren Namen und dann können Sie etwas sagen. Wenn Sie das nicht mehr wollen, dann klicken Sie wieder ins Display, gehen auf Reaktion und sehen Sie, dass da dann steht Hand senken. Da klicken Sie drauf und dann ist die Hand wieder weg. Dann kommt hier Freigeben und wenn Sie jetzt auf den Bildschirm klicken würde, dann würden wir sehen Ihren Bildschirm und dann könnte ich zum Beispiel sagen, oh Elke, du hast da irgendwas falsch gemacht. Oder aber versucht doch mal den Weg zu gehen. Das üben wir aber in unseren Zoom-Veranstaltungen. Dann haben wir hier noch Untertitel. Wer sehr schlecht hört, kann die Untertitel anklicken. Ich muss dazu sagen, wir sprechen alle so schnell, dass die Untertitel da nur so durchsausen. Und sie sind manchmal auch nicht sehr gut. Probieren Sie aus, ob das eine Funktion ist, die Sie nutzen können oder möchten. Dann haben wir hier noch andere Funktionen, Whiteboard, Notizen, Apps, die brauchen Sie am Anfang alle gar nicht. Da können Sie nachher mal mit rumspielen. Wenn jetzt zum Beispiel in einer Zoom-Konferenz 20 Leute drin sind, dann würden Sie hier unten noch weitere Punkte sehen. Und dann schieben Sie Ihr Smartphone einfach nach links. Und dann haben Sie die Kacheln von allen Teilnehmern und können sich die auch anschauen. Jetzt klicke ich nochmal drauf. Und wenn Sie jetzt das Zoom-Meeting verlassen wollen, dann steht oben rechts. Sie sehen, wie schnell das immer verschwindet. Sie müssen lernen, immer wieder auf das Display klicken. Dann taucht Verlassen. Dann taucht auf Meeting verlassen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann sind Sie wieder am Anfang der App, wo Sie wieder in das Meeting einsteigen können. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Üben. Und ich kann Ihnen sagen, irgendwann werden Sie auch Spaß an digitalen Zoom-Veranstaltungen haben. Man kann nicht immer zu den analogen Veranstaltungen gehen. Vielleicht sind Sie gar nicht in der eigenen Umgebung. Vielleicht fühlt man sich auch nicht. Und wenn es dann digital möglich ist, wäre es doch ganz schön, wenn Sie das auch können. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie unsere Zoom-Veranstaltung besuchen. Sie müssen aber 65 sein, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt sage ich Tschüss und vielen Dank an Frau Hümer für die finanzielle Unterstützung, dass wir dieses Video drehen konnten. Tschüss, Ihre Dagmar Hirche und bis bald. Dann klicken Sie rein. Dann klicken Sie rein. Dann klicken Sie ab. Bis zum nächsten Mal.